Joachim Ringelnatz Die Ameisen In Hamburg lebten zwei Ameisen, die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise, denn auf den letzten Teil der Reise. In Klammern, so will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020